Das dürfte Drama bedeuten, satt. Eins verriet am 4. Oktober, dass auch Elena Miras bei Promi Big Brother dabei ist. Und das dürfte vor allem mit Mike Heiter und Leila Lahua für Konfliktpotenzial sorgen. Elena Miras ist bei Promi Big Brother dabei. Oha, das wird explosiv. Kurz nachdem Sat. Eins verkündet hat, dass neben Mike Heiter, 32, auch seine Freundin Leila Lahua, 30, bei Promi Big Brother dabei ist, ließ der Sender die nächste Bombe platzen. Denn, auch Mikes Ex-Freundin Elena Miras, 32, mit von der Partie. Dass das nicht ohne Drama bleiben wird, dürfte vielen jetzt schon klar sein. Elena Miras ist dafür bekannt, dass sie stets sagt, was sie denkt und sich nicht gefallen lässt. Und besonders, wenn es um Ex-Mike Heiter geht, mit der sie die gemeinsame Tochter eilen hat, nimmt die 32-Jährige kein Blatt vor den Mund. Droht ein Mega-Eklat mit Mike Heiter Leila Lahua, im Interview mit Sat. Eins betonte sie zwar mehrfach, ich will Mike gar nicht schlecht machen, dennoch konnte sie sich den ein oder anderen Seitenhieb gegen ihn nicht verkneifen. Ich habe ihm viel zu sagen, aber nicht vor Kameras, so Elena. Außerdem erklärte sie, ich will gar nicht groß über Mike reden, ich bin nicht böse auf ihn, ich scheiße auf ihn. Außerdem offenbarte sie, dass es für sie eine große Herausforderung werden wird, bei Promi Big Brother nett und normal mit ihm umzugehen, nach allem, was Mike ihrer Tochter eilen in ihren Augen angetan hätte. Und Elena Miras kündigte außerdem an, endgültig mit den Behauptungen aufzuräumen, die ihr Ex in diversen TV-Shows über sie getätigt hatte, ich bin jetzt stark genug, das zu unterbinden. Elena und Mike hätten sich schon länger nicht mehr gesehen und umso gespannter sei sie, wie der Vater ihrer Tochter auf ihre Promi Big Brother Teilnahme reagieren wird.